Meine kleine Geilzuchtsau, mein Arschsklave-Party, ons war mir wieder hörig. Er hat mir ein Wix-Tribut gemacht, sich den Schwanz auf meinen geilen Lederarsch gekeult. Mein Fickarsch in der geilen Lederreithose und den geilen Lederhandschuhen sieht wirklich zu pervers aus. Lass sie alle abspritzen! Wir können eh nicht anders bei euch geilen Ladies. Da sabbern die Schwänze. Da läuft der perverse Eiersabber die Dickeicheln runter.